In einem fernen, geheimnisvollen Land liegt der Beginn einer Legende. Der Meister und sein Schüler. Atemberaubende Kampfszenen, unglaubliche Körperbeherrschung, geheimnisvolle Mystik und ein Kampf, der alles entscheidet. Everybody was harmful fighting. Those kids were the fastest lightning. Raymond Martin. Gaius Stappen. Nino Joshua. In Lenten Fighting. Die Lenten King Show 2007. Im Dezember 2007. Live. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Lenten Team